Doch mal offen So, der ist schon mal tot Hat auch gar nicht viel Munition gepostet Das ist übrigens ein Panzer, wusste du dir das? Ach ja, richtig, das war jetzt gleich die unangenehme Stelle Und jetzt einmal, kann da nicht noch was ekelhaftes? Schauen wir nicht Nö, scheinen wir wirklich nicht Oder muss ich jetzt so erst den Panzer killen Oh, ich habe ja noch Mucks, stelle ich gerade fest Ich müsste jetzt dann wieder noch was treffen und ja Ich kann da durchschauen, was ist das für billiges Tor hier? So, ich will, ich will, was will ich denn? Ich will ein Brot Das ist doch unfair, das darf er doch gar nicht So, wir schießen mal weiter drauf Und fliegen mal in die Höhe Vielleicht funktioniert das hier besser, ne? Ach, jetzt werden wir mal stehen Ist das ein Nachbrenner? Ich glaube schon Oder ein wenig Wow, nervt das Wo war denn jetzt der letzte Speicherstand? Da Es ist schwierig, Kugeln auszuweichen, die man gar nicht erst sieht Viel zu breites Spektrum Es soll immer einer verschießen dürfen Und ich fliege natürlich wieder direkt rein Warum weißt du immer, wo ich hinfliege? Das ist doch Rassismus Das ist unfair und das darf er nicht Ich hoffe, ich sterbe Munition Gut, damit wird das hier erledigt Natürlich überhaupt Ich könnte einfach durchfliegen Illgelevel Och nee, oder? Es hat ja gut funktioniert Erstaunlich Muss irgendwas kaputt sein in dem Spiel Ich habe 18 Goldbars übrigens Warum habe ich so viele Goldbars? Ich habe für nichts mehr Waffenmunition Aha, zum Glück habe ich den Nachbrenner noch liegen gelassen Ja, den Nachbrenner rein Ja, mach mal auf hier Das war ein bisschen groß Ich spreche mal lieber noch mal ganz oben Stirbpanzer, stirbpflieger, stirbppanzer Die Tür ist übrigens mal wieder aufgesprungen Stirb, alles, alles sterben, alles muss sterben Noch ein Panzer, der Sterben Ich habe keine Munition mehr, das ist unfair Doch, ich habe noch Raketen, wenn mir mal auffällt Fällt mir gerade so auf Wenn wir mal sterben würden durch die Raketen Ich habe schon sieben Leben Oh Gott, bin ich gut Mein Penis ist so lang Alter, bin ich reingekommen Hier gibt es sonst nichts mehr, kann das sein Nö Muss ich nicht trotzdem noch eine Sprengladung anbringen oder so Oder aktivieren Die sind ja schon angebracht Die muss ich ja nur noch scharf machen Ja, Baby, ich mache dich scharf Fliegen einfach mal weiter Oh, jetzt ist mein Balken wieder so kurz Ich will auch wieder so einen langen Balken haben So, wo muss ich denn jetzt hin War doch schon überall jetzt, oder? Ich war vielleicht noch nicht Da hin Ja, ich glaube da hinten bin ich richtig Und kann jetzt da durchfliegen Fast Fast schon ein bisschen Also so gar nicht halt Immer diese Türen, die aufspringen Und dann weiß man nicht, wo die aufgesprungen sind Und machen wir auf hier So, da war doch noch Da hinten Da hinten Da hinten Die Tür ist wohl nicht Wenn das eine Tür ist Keine Ahnung Kommen wir drauf an, wie man Tür definiert Hier aber auch nichts mehr weiter Doch, wir konnten auch hier hinten hinfliegen Und Dann Wenn man da hinten hingeflogen ist Ist man da hinten hingeflogen Sehr gut Dann Fliegen wir zurück Zurück Rück, 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 rück Rück, 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 rück Rück, 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 rück Moment, ist das vielleicht irgendwie Kann man das irgendwie aufschießen, oder so? Ich habe fast das Gefühl, nein Gut, wir haben nicht so viel Munition Deswegen lade ich mal kurz Dumm, dumm Das sind aber doch Platten sind unschiedlich hochgesetzt Das geht gar nicht Also So nicht, ne? So, ist da hinten, ja richtig Da war ja auch noch Irgendwo mal Ah Ich bin so klug Irgendetwas Großes enthält den Schlüssel Soll ich jetzt mal den Penis da reinstecken, oder was? Mensch Also fliegen wir weiter Die ist auch schon ein bisschen scharf und so Scharf Ja Ich fliege einfach mal weiter Da ging es raus Da Nein, geht alle nicht auf Habe ich da auch irgendwas übersehen irgendwo irgendwo? Irgendwo irgendwie Hier steht Scheint aber eher am Port zu liegen, habe ich langsam das Gefühl Was soll es denn sonst liegen? Und dem Feuer dazu erfolgt? Oh, ich glaube Ist hier noch was anderes? Nein, hier ist nur Schalter Schalter Decke Wende Oh, ist das ungewöhnlich Wende in einem Schiff Merkwürdig Habe auf Warum ist das hier überhaupt rot? Wenn man nicht merkt, dass immer wieder dieselbe Grafik recycelt wurden Sollen wir jetzt oben oder unten lang, um zu einem neuen unbekannten Gebiet zu kommen Wo ich schon war dann Mensch, ich höre es hier Irgendwo Fliegen Oder auch nicht Ah, jetzt bin ich wieder hier Wo ich ja noch gar nicht war Aha, du kannst mich nicht köken Aha, versage Hör Hör Auf Tag geht es auch rein Okay Sag mir das doch mal jemand Och nee, was ist das für eine Scheiße hier? Eigentlich bin ich mir so Gar nicht gefallen will Das kann so gar nicht Ja, ja Ich hab dich auch lieb, du Pusteblume, du Diese Stampfding Ja, fang mal die Raketen ab Hast du schon recht Ich flieg da mal lieber noch nicht raus Ich warte noch einen Moment Ich übe mich in Geduld Ah, der war gut Ich und Geduld Na klar Lass mich raus Nein, da komme ich nicht rein Ich glaube nicht, dass ich das kaputt schießen kann Hier ist dann die Dritte Spreng Was auch immer Ladung Dingsbomb Wurde mit einem Enemy Bullet getötet Dingsbomb Ja Hab ich voll weggeblasen Und jetzt Muss ich wahrscheinlich wieder zur Kanone Kann ich da jetzt durchfliegen? Nein Unkaputtbar Glas ist unkaputtbar Bis es kaputt geht Was natürlich nur dann passiert, wenn der Gegner kommt Wohinbrich lang Da lang Fast Ja, ich mein Ich hab's immerhin beim zweiten Mal den richtigen Weg genommen Fast Beim zweiten Gleich Also Vergiss das So Wir fliegen Da lang Spiel steht Und dann Ist hier die Kanone Haha Ich dachte, da würde jetzt was passieren Kann ich kaputt schießen? Stirb Winzige Kanone Ich hab fast das Gefühl, die krieg ich so nicht tot Ich brauch eine größere Kanone Ich brauch eine nicht abstürzende Version dieses Ports Nun kann ich die Kanone nicht mitnehmen Das wär doch ein Starr Das wär mein So kann ich die nicht einsammeln Das ist doch eindeutig ein einsammelbares Objekt So Und jetzt Hab doch alle vier aktiviert Hä? Ähm Ähm Ja Ähm Ich kenn mich aus Ich weiß, wo ich hin muss Das ist überhaupt kein Ding Nicht Ähm 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 Da da Moment Nein Das ist nichts Türartiges Moment Vielleicht kann ich auch hier irgendwie Nein Ähm Auch nicht Ähm Ich hör Gegner Ähm Pfff Pfff Ich hab das Schluss Ganz ungutes Gefühl, wenn ich in diesen Raum gucke Was ist das? Pfff Also ist das Ich würde es auf Gegner Lass, ich hab doch da Ich kräfte die Dinge halt nicht, ne? Oh, jetzt muss ich mal sterben Weil ich hab nengst wo mehr Munition rumliegen und Es wäre ein wenig ungünstig so Ohne Munition Dieses gigantische U-Boot zu beschießen Hat man ja eben gesehen, wie ungünstig das ist Jetzt bräuchte ich noch einen Nachbrenner, bitte Jetzt kriege ich natürlich wieder keinen Ein Kackspiel Da kommt nie das, was man braucht Jaja, egal Da kann ich wirklich so schön draufhalten Das ist die jetzt explodiert oder hat es mit irgendwelchen Raketen, die ich nicht habe, geschossen? Ah, das ist Was zur Hölle, wer schießt das da? Ah, es hat sich teilweise in Luft aufgelöst, okay Jetzt habe ich also nur noch ein halbes U-Boot Wo kommt das überhaupt plötzlich hierher? Achso, das ist kaum aus der Wand anscheinend Scheint Ich muss das aber nicht von vorne treffen, nein, oder nein? Nein Ja, 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 so bleiben So bleiben, bitte So bleiben, bitte So bleiben, bitte Bitte sterben Okay, Munition aus Ich habe noch fünf Leben Ich habe ja gerade erst angefangen Könnte man fast meinen Nein, ich will Genau, ich will Pulsar Trojax Das ist nur was für die Gegner Komm mal her, du Boss-Monster Gegner Dings Ich bleibe wieder weg Bei der Überlegung Glitsch durch die Wand Bitte Gibt es nochmal so schön wie eben hin? Ja, muss doch ein Stück Irgendwas Großes enthält den Schlüssel Hier gibt es nicht Hier gibt es nichts Großes Doch, mein Penis Aber der passt nicht Voll vorbeigeschossen So wie ich Also so macht man es nicht Wollte ich nur mal zeigen Ich wollte dir deinen Fehler aufzeigen Den du gemacht hast Pack dich doch nochmal so hin wie eben Nein Ja, so bleiben So bleiben So ist gut Lalalala Stirben Bitte 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 Sieht nicht so aus Ist ja jetzt die nächste Zeit vor zu sterben Nee, es sieht so gar nicht danach aus Ich könnte so weit erschießen Ja, ich muss scheinbar auch auf dieses grüne Ding schießen Soll ich so töten, das Ding? Oh, ich glaube da hat das Ding was dagegen Haha Ja, flieg durch die Wand Ha, schau Flieg einfach durch die Wand und verschwind Explodier ein Flieg durch die Wand und sei tot Spiel war noch Na ja, schön nicht, aber Annehmbar bevor es in diesem Boss scheiß anfing Sei da nach, wo es richtig ist Ah, v Anti-Viren-Programm Hallo, ich bin hier Dummes Ding Ja, flieg durch die Wand Hast du recht? Flieg durch die Wand Warum denn auch nicht? Ich drehe mich mal, einfach weil ich es kann Komm her Glitsch dich nochmal Glitsch dich Glitsch dich durch die Wand und verpiss dich Noch kannst du dich Noch kannst du mir entfliehen Noch Besteh die Chance, ne? Ich hab keine Angst vor dir, ne? Ich bin auch gut gewacht Ja, 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 ja Nein Scheiß rassistisches Ding Bleib völlig da Und hör auf dich in die Wände zu glitschen Ich kann das schließlich auch nicht Das ist total unfair Fung ich gleich an zu weinen Nein, bleib doch mal Bleib doch mal da Das hat doch eben auch so schön funktioniert Ah, bleib halt da Nicht wegfliegen Nein, das funktioniert natürlich überhaupt nicht Nicht bei der Manifrierbarkeit meines Schiffes Was? Hör auf mich zu sehen, wenn ich schon hinter Wänden bin Ja, wenn die interessiert dich ja nicht so Wenn das nicht so dein Ding, ne? Du lässt dich nicht einschränken, ja Sehe ich gleich Das will ich nicht mehr so positionieren wie eben Das will ich nicht mehr Rassistisches Mistding Das wollen wir größer bist als ich Wie? Das wollen wir, du bist ja der King, ne? Bei der King bin ich Bei der King, Mann Ja Hey, es ist nachts um drei Lass uns zu Burger King fahren Was essen? Ach nee Hast du, gibt's ja nur McDonald's Na, lass uns da hingehen Was verletzt Nachts um drei Warum nicht? Ist es überhaupt um drei? Ich glaube nicht Ich habe keine Ahnung Wie spät es gerade ist Jetzt würdest du wieder mal sterben Sterben, nicht mich töten Verstehst du was? Glaube ich falsch Spät ist es denn überhaupt? Das ist gar nicht nachts um drei Verdammt Jetzt kann ich nicht nachts um drei Zu McDonald's fahren Was essen Ist etwas großen enthalten? Mein Penis passt nicht Habe ich doch schon mal gesagt Sonst gibt's hier nichts Großes Es gibt nur diesen kleinen Gegner da draußen Der gleich tot ist Der so gut wie nichts aushält Der auch nicht durch Wände fliegen kann Und der so zu blieben Nicht wahrscheinlich größer sind als ich Und der nicht irgendwie acht Raketen schießen kann Ne, sechs sind es glaube ich bloß Wo er auf einmal schießt Oder? Keine Ahnung Zählen ist gerade nicht Leck mich Wir saufen Immer schön saufen Ab in die Offensive Ganz schlechte Idee